Über die Anzahl der Stufen kann ich nicht lügen. Es sind 144. Ich kriege, ich kriege, ich kriege keine Luft. Ich erinnere mich, als du noch ein kleines Mädchen warst, wolltest du auf den Mond leben. Ich dachte, es wäre ein Scherz. Das ist eine richtige Bergwanderung. Wirklich, Cory, eins muss ich zugeben, eintönig werden die nächsten Jahre hier sicherlich nicht. Hast du es gesehen, so nach mir? Nein. Dieses Gericht hat letztes Jahr auf dem Kochfestival von Venedig den zweiten Preis gewonnen. Du bist unmöglich. Pass mich nicht an. Gute Nacht. Wenn ihr länger als eine Woche nichts von uns hört, sind wir im National Hotel in Mexiko City, Zimmer 703. Adios. Ich dachte, ich schaffe es nicht mehr. Hätte ich die Leute im dritten Stock gekannt, dann hätte ich die besucht. Das ist eine Liebeüberraschung.